Die Winterpause ist fast vorbei und jetzt haben wir der Glocke noch einen neuen Rund gespendet und die funktioniert einmal frei. Nur unser Kompressor, der bricht natürlich zusammen mit seinem kleinen Druckkessel. Die Menge ist nicht groß genug. Dank Thorsten funktioniert sie nun einmal frei. Ein Traum. Ein Traum. Stück für Stück. Jetzt müssen wir noch einen Schieberkasten neu abdichten und dann kann Ostern kommen. Hoffentlich hält der Kessel noch eine Weile. Das Fälle mit deinen Film aufmachen? Jawohl, unsere Händschel Montua.